Einleitung Es ist uns eine besondere Freude, gläubigen Lesern, diese Übersetzung des Sri Mana Shiksha präsentieren zu können. Die elf berühmten Verse Sri Raghunath Das Goswamis, des Besten unter den Nachfolgern Sri Rupa Goswamis. Möglich wurde diese Veröffentlichung durch die Gnade meines ehrenwerten Meisters Nityalila Bravishtha Om Vishnupada Asthota Sata Sri Srimad Bhakti Brakyan Keshava Goswami. Srila Satchitananda Bhaktinod Thakur, jene Persönlichkeit, die in jüngster Zeit den Strom der Bhakti zu neuem Leben erweckte, schrieb einen Kommentar zum Mana Shiksha, den Sri Bhajan Dharpana, und dieser Kommentar fand mit einer zusätzlichen Erläuterung Eingang in diese Ausgabe. Fußnote 1 Die sich an die Übersetzung der einzelnen Verse anschließenden Text stellen, sind Srila Bhaktvidanta Narayan Maharajas erklärende Übersetzungen von Bhaktinod Thakurs Bhajan Dharpana. Mit Erläuterung betitelte Textstellen sind zusätzliche Erläuterungen Srila Narayan Maharajas. Sri Mana Shiksha bedeutet wörtlich Unterweisungen an den Geist. Sri Raghunath Das Goswami, der ewige Gefährte Sri Chaitanya Mahababhus, hinterließ uns eine Sammlung von Gebeten, das Sri Stavavali, in dem er seinen tiefen spirituellen Gefühlen und Sehnsüchten Ausdruck verlieh. Sri Mana Shiksha ist Teil dieser Sammlung. In die elf Verse des Mana Shiksha eingewoben, ist in bündiger Form die Essenz der Lehren Chaitanya Mahababhus und seiner engen Vertrauten wie Sri Svarupa Damodar und Sri Rupa Goswami. In der Literatur der Nachfolger Sri Chaitanya wird Dienst und Hingabe zu Gott dreifach unterteilt. In Dienst auf der Anfängerstufe, Sadhana Bhakti, in Dienst auf der Stufe der Zuneigung, Bhav Bhakti und in Dienst in vollerblüter transzendentaler Liebe, Prima Bhakti. Dabei kann anfänglicher Dienst zwei Gesichter annehmen. Er folgt entweder dem Diktat der Schriften oder der Spontanität des Herzens. Wer den Geboten der Schriften folgt, wird sich der Allmacht und Oberhoheit Gottes immer bewusst bleiben, auch auf der Stufe, auf der seine göttliche Liebe erwacht. Wer dagegen den Spontanenpfad vorzieht, fühlt sich zu den lieblichen Eigenschaften Gottes hingezogen, zu seinem ungezwungenen menschlichen Aspekt. Fußnote 3 Durch solche Liebe, die keine Spur von Hochachtung und Ehrfurcht trübt, kann man sich dem göttlichen Paar Radha Krishna in Vraja nähern. Liebe dagegen, die Gottes Größe und Macht bewundert, wird den Verehrer Vaikuntha erreichen lassen, das prachtvolle, majestätische Reich des Herrn. Es gibt darum einen feinen, aber bedeutungsschweren Unterschied in der Liebe, die aus regulierter auf der einen und spontaner Praxis auf der anderen Seite heranwächst. Und darin liegt die Besonderheit der Nachfolger Chaitanya Mahabhabhus. Das Shri Chaitanya Charitamrita, Adi, 3.15-17, zitiert Krishna wie folgt. Sakhala Jagatamrita, Kare Vidhibhakti, Vidhibhakti Vraja Bhav, Bhaitanahi Shakti, Aishwarya Gyanete Saba, Jagata Mishrita, Aishwarya Shittila Prima, Nahimora Prita, Aishwarya Khyane, Viti Bhajana Kariya, Vaikuntake Jaya Chatur Vidhya Muktipana, Vaikuntake Jaya Chatur Vidha Muktipana. Die gesamte Welt verehrt mich ehrfürchtig und unterwürfig, aber nach Vraja gelangt man damit nicht. Man liebt in mir den Mächtigen und Allgegenwärtigen, doch solche Liebe fragt nicht nach meinem Glück. Wer mich mit Hochachtung verehrt, geht darum nach Vaikuntha und genießt vier Arten von Befreiung. Srimana Shiksha würde für Menschen geschrieben, die den Pfad spontanen Dienstes für sich entdeckt haben. Unwiderstehliche, spontane Anziehung und Liebe, die keinen Raum lässt für andere Gedanken, außerdem an Krishna, ist das Merkmal der Bewohner von Vraja. Krishnas eigenem Reich. Was immer Vrajas Bewohner tun, tun sie aus Liebe zu Krishna. Und diejenigen, die den spontanen Pfad beschreiten, folgen dem Ideal solcher vollkommenen Gottgeweihten nach. Fußnote 4 Rak Anuga Bhakti ist Bhakti, die das Ideal der Rak Atmika Bhakti anstrebt. Was ist nötig, um den spontanen Pfad zu beginnen? Es gibt nur eine Bedingung, Begierde. Man muss begierig sein, zu werden wie die Einwohner Vrajas. Wer diese Begierde sein eigen nennt, der soll Vraja zu seinem Wohnsitz auserwählen. Er soll mit seinem physischen und auch mit seinem spirituellen Körper, dem Körper, der jeden gewünschten Dienst ermöglicht, dem göttlichen Paar Radha Krishna dienen und soll sich an Krishna und die Gopis erinnern. Er soll unter der Führung von Gottgeweihten sein, die ähnlich und mehr empfinden als er und alle Zeit damit zubringen, über Krishna zu hören, zu sprechen und nachzudenken. Über seine Namen, Erscheinungen, Eigenschaften und Spiele. Der Gestalt ist spontane Praxis. Manche der Praktiken auf dem regulierenden Pfad, wie Hören und Chanten, können dabei integriert werden, wenn sie der eigenen Entwicklung förderlich sind. Die noch nicht Begierigen sollen wissen, dass das Verlangen, den spontanen Pfad zu gehen, erwachen wird, wenn man Sri Chaitanya Mahababhu folgt. Shri Chaitanya Mahababhu mit dem Anliegen, alle Geschöpfe zu segnen, praktizierte, predigte und kostete selbst nur spontane Hingabe. Wer so vom Glück begünstigt ist, mit Mahababhus geliebten Gefährten zusammen zu sein, wird bald den Einwohnern Vrajas nacheifern wollen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird ihm geraten, reguliertem Dienst zu folgen. Danach allerdings wird sich seine Praxis ändern. Die Eignung für den spontanen Pfad ist extrem hoch. Wer tatsächlich den Vrajasis nachstrebt, hat sich schon über die Dinge dieser Welt erhoben. Er steht über Pflichten und Vernunft, über Moral und Sünde. Fußnote 5 Wer Lobha, Gier entwickelt, zu werden wie die Rakatmikas, wird frei von Karma, Akarma, Vikarma, Jnana, Yoga und Vairagya. Der regulierende Pfad beginnt mit Glauben. Glaube bringt den Neuling zu Sadhus, zu spirituell Fortgeschrittenen. Und daraufhin beginnt er seine Verehrung. Allmählich weichen Schmutz und Unrat aus seinem Herzen. Er wird stetig und gewinnt schließlich Geschmack am Dienst. Später erwacht Anziehung zum Herrn und danach echte Zuneigung. Zuneigung, die Vorstufe echter Gottesliebe, wird durch regulierten Dienst erst nach langer Zeit erreicht. Wenn aber irgendwie Begierde, die Basis der Spontanität entsteht, wird alles Unreine in ihm, im Handumdrehen verbrannt und Zuneigung zu Krishna erwacht. Sein Fortschritt ist rapider und zwar deswegen, weil kein bisschen Anziehung zu sinnlichen Freuden ihn bremst. Allerdings ist auf dem spontanen Pfad Sorge zu tragen, dass Falschheit, Betrug und der Wunsch nach Ruhm und Ehre außen vorbleiben. Andernfalls nimmt der Schmutz im Herzen zu statt ab und damit auch das Risiko vom Weg abzuweichen. Man wird nämlich weltliche Anziehung mit Transzendentaler verwechseln, falschen Umgang pflegen und sich somit zu Fall bringen. Fußnote 6 Wer Kapata, Falschheit, nicht ablegt, dessen Anarthas nehmen zu und er wird unreine Raga für Vishuddha Raga halten und zu Fall kommen. Dem Pfad, spontaner Hingabe zu folgen, bedeutet, Sri Rupa Goswami zu folgen. Ohne in Rupa Goswamis Fußstapfen zu treten, muss man zwangsläufig fehltreten. Wer also mit dem Wunsch nach spontaner Liebe gesegnet ist, kommt nicht darum herum, den Mana Shiksha Raghunath Das Goswamis zur Hand und ins Herz zu nehmen. Denn Sri Raghunath Das ist der erste und wichtigste Schüler Sri Rupa Goswamis.